So hoch ist das Gras, ganz hoch und da ist der Hund, da wo es wackelt. Die Lotta montiert immer zum Känguru. Wenn ihr mal einen Känguru sehen wollt, in Hundeformat, dann zeige ich euch das jetzt. Lotta, komm mal her. Ein Lotta Känguru, schütteln, super gemacht. Ja, das ist aufregend. Spannend und aufregend, so viele tolle Mäusegeräusche. Spannend und aufregend. Spannend und aufregend. Spannend und aufregend.